Wir waren gestern einen Tag im Disneyland und ich habe mal ein bisschen mitgefilmt. Als wir angekommen sind, haben wir erstmal unsere Tochter ein bisschen bespaß. Sie ist eine kleine Achterbahn gefahren, dann waren wir bei Toy Story. Dann konnten wir Bilder mit Woody machen. Genau, dann einmal Buzz Lightyear noch. Dann bin ich zu den Avengers, weil die Männer was gefahren sind und ich interessiere mich sehr dafür. Genau, Spider-Man war da, Iron Man war da. Ich bin dann in einen Souvenirladen rein, habe was für die Kinder gekauft. Einmal ein Kuscheltier für unseren Sohn, der Cruise. Und einmal Spider-Man, da kommen Seifenblasen raus. Das hatten dort sehr, sehr viele Kinder. Unsere Tochter hat auch sehr viel Spaß gehabt. Genau, dann sind wir einmal in den anderen Park. Das war dann der Eingang, genau, mit wechselnden Bildern da oben. Dann war ich nochmal in einem Souvenirladen, habe noch was für die Kinder gekauft. Einmal einen Strohhalm, weil unsere Tochter gerne aus Strohhalm trinkt zur Zeit. Dann einen letzten für unseren Sohn, einen Becher für unseren Sohn. Und einen Becher für unsere Tochter. Die gehen auch nicht so schnell kaputt, da die nicht aus Glas sind. Dann waren wir noch schnell im Meckes was essen. Und dann habe ich unserer Tochter noch einen Luftballon gekauft, weil ich ihr das versprochen habe. Den hat sie dann noch bekommen. Genau. Dann war da noch so eine Attraktion. Dann sind wir mit den Kindern noch was gefahren. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich noch eine Achterbahn gefahren bei den Avengers. Also wer im Disneyland ist, muss auf jeden Fall diese Achterbahn fahren, weil die lohnt sich auf jeden Fall. Für diejenigen, die Adrenalin lieben. Dann sind wir wieder zum Auto gelaufen. DannCTOP-LATIC-E Fernsteiger. Das MRI-Energen wird eigentlich über die Nachricht verknüpfen. Dann reden 사 Brah Stelle.